Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, du stehst an der Schwelle zu neuen Abenteuern und Bildungsangeboten und dein Geist könnte vor Aufregung und Ideen über Reisen oder weiteres Lernen nur so strotzen. Diese Welle des Enthusiasmus ist zwar belebend, kann dich aber auch verwirren und es schwierig machen, dich auf deine unmittelbaren Aufgaben zu konzentrieren. Deine angeborene Entschlossenheit und Stetigkeit werden dir jedoch gute Dienste leisten und sicherstellen, dass du deine Aufgaben trotz aller Ablenkungen erledigst. Außerdem können deine Mitmenschen, die wissen, dass du zu Tagträumen neigst, dir dabei helfen, dich sanft zu deinen aktuellen Aufgaben zurückzubringen. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten bietet dir eine einzigartige Gelegenheit, dein Leben mit exotischen und ungewohnten Elementen zu bereichern. Es ist an der Zeit, deinen Horizont zu erweitern und dich auf die Vielfalt der globalen Kulturen einzulassen, die dir tiefe Einblicke gewähren und deinem Verständnis der Welt und von dir selbst eine neue Dimension verleihen können. Lass deine Sinne bei dieser Erkundung mitmachen, probiere neue Lebensmittel, die deinen Gaumen herausfordern, höre Musik aus anderen Teilen der Welt oder bringe neue Aromen in deine Umgebung. Diese Erfahrungen können dein Leben bereichern, ohne die Stabilität und die Routinen, die dir Sicherheit geben, zu zerstören. Du kannst deine Ernährungsprinzipien beibehalten und gleichzeitig mit neuen Zutaten und Rezepten experimentieren, um dem Vertrauten einen Hauch des Unbekannten hinzuzufügen. Im Bereich der Ideen und Pläne ist heute ein überlegter Ansatz gefragt. Wenn du erwägst, eine alte Idee oder ein altes Projekt wieder aufzugreifen, sei offen für neue Informationen und Perspektiven, die sich ergeben könnten. Es könnte sich ein neuer, innovativer Ansatz ergeben, der einen effektiveren Weg nach vorne bietet. Verwirf diese neue Sichtweise nicht vorschnell, sondern ziehe sie ernsthaft in Erwägung, denn sie könnte entscheidend sein, um deine Ideen in die Realität umzusetzen. In deinem Liebesleben bringt der Tag vielleicht nicht die übliche Intensität der emotionalen Verbindung mit deinem Partner. Stattdessen könnte es eine Gelegenheit sein, die Gesellschaft des Anderen in einem anderen Licht zu sehen, jenseits von körperlicher Zuneigung oder tiefer emotionaler Verstrickung. Dieser Raum kann neue Aspekte der Persönlichkeit des Anderen zum Vorschein bringen und eine andere Art von Intimität und Verständnis fördern. Nutze diese Chance, dich auf einer neuen Ebene zu verbinden, denn sie kann deine Beziehung auf unerwartete Weise stärken. Du stehst kurz vor einer scheinbar kleinen, aber bedeutenden Chance, die sich zu einer Reihe von positiven Entwicklungen entwickeln könnte. Auch wenn diese Chance zunächst unbedeutend erscheinen mag, wird deine Bereitschaft, sie mit ganzem Herzen zu ergreifen, wie ein Katalysator wirken und einen Domino-Effekt mit positiven Ergebnissen auslösen. Nimm diesen Moment mit offenem Herzen und wachem Blick wahr, denn oft sind es die kleinsten Schlüssel, die die größten Türen öffnen. Das Universum zeigt dir, was du erreichen kannst, wenn du den Moment mit Optimismus und Entschlossenheit ergreifst. Vertraue auf deinen Instinkt, denn er wird dich dabei unterstützen, diese bescheidene Gelegenheit in eine transformative Reise zu verwandeln, die zu Wachstum, Erfüllung und unerwarteten Freuden führt. Der Steinbockmond stärkt deine Problemlösungsfähigkeiten und du kannst alle herausfordernden Situationen angehen, die dich bisher eingeschüchtert haben. Du hast die Fähigkeit und die Kraft, diese Probleme jetzt effektiv anzugehen. Wenn der Tag in den Abend übergeht, solltest du jedoch daran denken, wie wichtig es ist, die Arbeit hinter dir zu lassen und dich auf persönliche Beziehungen zu konzentrieren. Wenn du Stress von der Arbeit in dein Privatleben bringst, kann das zu unnötigen Spannungen in deinen Beziehungen führen. Setze auf Entspannung und verbinde dich wieder mit deinen Lieben, indem du dir erlaubst, dich zu entspannen und die Annehmlichkeiten deines Privatlebens zu genießen. Dieser ausgewogene Ansatz sorgt dafür, dass du deinen Tag in Harmonie beendest und dich mit neuer Energie und klarem Kopf den morgigen Herausforderungen stellen kannst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Der hier Offen steht für Tradition, spirituelle Führung und die Befolgung etablierter Überzeugungen oder Prinzipien. Sie bedeutet oft, dass du eine weise und erfahrene Quelle als Mentor oder Ratgeber brauchst. Für den heutigen Tag deutet der hier Offen darauf hin, dass du Rat oder Führung von einer vertrauenswürdigen Quelle suchst oder dich auf Traditionen und etablierte Prinzipien verlassen musst, um eine Situation zu meistern. Die Drei der Schwerter ist eine Karte des Herzschmerzes, der Traurigkeit und des emotionalen Schmerzes. Sie symbolisiert oft die Erfahrung von Trauer, Verlust oder Enttäuschung. Heute kann die Drei der Schwerter darauf hinweisen, dass du mit emotionalem Aufruhr zu tun hast oder mit einer Situation konfrontiert bist, die Herzschmerz und Traurigkeit mit sich bringt. Es ist wichtig, dass du dir deine Gefühle eingestehst und dir erlaubst, zu trauern, wenn es nötig ist. Der Ritter der Kelche ist eine Karte der emotionalen Erkundung, der Romantik und des leidenschaftlichen Verfolgens der eigenen Träume. Diese Karte steht für eine Person, die von ihrem Herzen angetrieben wird und wird oft mit romantischen oder kreativen Unternehmungen in Verbindung gebracht. Heute ermutigt dich der Ritter der Kelche dazu, deinem Herzen zu folgen, offen für neue emotionale Erfahrungen zu sein und das Potenzial für Liebe und kreative Inspiration zu nutzen. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem du nach Orientierung suchst, dich mit emotionalem Schmerz auseinandersetzt und dich auf emotionale Erkundungen einlässt. Der Hieraufwand weist auf das Bedürfnis nach spiritueller oder traditioneller Führung hin. Die Drei der Schwerter zeigt an, dass ein emotionaler Schmerz angesprochen werden muss. Der Ritter der Kelche deutet darauf hin, dass du einen Weg zur Heilung und Erfüllung finden kannst, wenn du deine Gefühle erforschst und deinem Herzen folgst. Ziehe in Erwägung, dich heute von einer vertrauenswürdigen Quelle beraten oder unterstützen zu lassen, vor allem wenn du mit emotionalem Schmerz oder Liebeskummer zu kämpfen hast, der durch die Drei der Schwerter dargestellt wird. Indem du dich auf die emotionale Erkundung und die Leidenschaft des Ritters der Kelche einlässt, kannst du einen Weg finden, den Herzschmerz zu überwinden und zu heilen, und vielleicht neue Wege der emotionalen Erfüllung und Kreativität entdecken. Die Drei der Schwerter